So Leute, schauen wir mal, was Tag 13 so zu bieten hat. Triebwerk Adventskalender. Oh, das ist Wassermelone, auch eine richtig geile Sorte. Zwei Proben sind drin, heißt eine für euch, eine für mich. Verlosung startet Ende Dezember. So, Tag 14, Triebwerk Adventskalender. Heute möchte ich mal was Neues sehen. Irgendwas, was wir noch nicht probiert haben. Da kommt er. Was ist das? Eis, Tee, Lemon, den haben wir wirklich noch nicht probiert. Da machen wir einen Test. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Einer für einen Test, einer für die Verlosung. Bis dann. So, Tag Nummer 15. Langsam könnte mal wieder was Neues kommen. Ich glaube, drei neue Geschmäcker sind drin. Also, 15 wird gecrasht. Langsam wird es gefährlich. Und es ist... Ach, Raspberry Vanilla, Himbeere Vanille. Das ist auch eine richtig krasse Sorte. Gibt schon einen Test auf dem Kanal. Hau ich gleich mal in die Story. Bis dann. Tag 16. Jetzt wird es aber wirklich ernst. Wo bleiben die neuen Sorten? Haut mal eine raus jetzt. Tropical. Oh, der war auch richtig lecker. Gibt es schon einen Test auf unserem Kanal. Kommt mal in die Story rein. Da werde ich das mal posten. Und rein in die Verlosungsbox. Der füllt sich langsam. Schauen wir mal, was wir damit machen. Landet auf jeden Fall bei euch. Tschüss. So Leute, paar Tage habt ihr noch. Jetzt kommt mal eine neue Sorte. Mann, Triebwerk. Gönnt mal. Tag 17. Oh, ich ahne Schlimmes. Es ist Ananas, Kokos, Banane. Gibt schon einen Test. Kleiner Endgegner. War aber trotzdem ganz lecker. Guckt mal rein. Ciao. So, langsam haben wir alles geschafft. Tag 18 ist heute dran. Langsam fällt der Kalender auch auseinander hier. Oh, eine Probe. Das heißt, hier ist was Neues drin. Pineapple, nur Ananas. Ja, das hört sich doch ganz geil an. Da kommt ein gutes Testvideo. Bis dann. Tschüss.